Okay, alle bereit für die Übergabe? Dann fangen wir jetzt an. Das ist Frau Meier, eine 47 Jahre alte Patientin, die sich mit einem kürzlich diagnostizierten Adenokarzinom des Sigma vorgestellt hat und kam heute zur elektiven Sigma-Resektion, die problemlos mit einer End-zu-End-Anastomose durchgeführt wurde. Das Ganze haben wir in einer total intravenösen Anästhesie bei PONF gemacht. An Komorbiditäten gibt es nur einen gut eingestellten arteriellen Hypertonus und Nikotinabuses von 50 per Kiers. Die Dame hat ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom und hat eine eigene C-PAP-Maske, die ist schon in den Aufwachraum gebracht worden. Die antihypertensive Therapie wurde heute Morgen pausiert, sonst gibt es da keine Besonderheiten. Die Narkoseführung war total problemlos, der Atemweg war unkompliziert. Allergien sind keine bekannt, der präoperative Hautzustand war unauffällig. Es wurde unser Standard-Monitoring durchgeführt. Die letzte gemessene Temperatur war 36,5 Grad vor etwa einer halben Stunde. Wir haben eine 18-Gauge-Kanüle am rechten Handrücken und die problemlos läuft und haben eine Robinson intraoptiminell, die wenig blutig-serös fördert. Der intraoperative Blutverlust war minimal unter 500 Milliliter. Sie hat 1 Liter Kristalloid-IV erhalten und es läuft gerade der zweite Liter. Der HB-Präoperativ war 13,1 und da gibt es keine Besonderheiten zu erwarten. Letztes Opioid war vor 20 Minuten 10 Mikrogramm zu Fenta. Das Relaxant ist komplett aufgehoben, der Toff war gut. Die Dame ist für den Aufwachraum vorgesehen, darf danach auf Normalstation. Postoperative Anordnung gibt es keine besonderen und die Schmerztherapie habe ich angeordnet, postoperativ. Gibt es Fragen? Ja, wie viel Volumen darf sie noch haben? Jetzt läuft gerade der zweite Liter, den würde ich langsam laufen lassen und sie darf dann schon relativ zügig schluckweise Wasser trinken, deswegen würde ich es dabei belassen. Dankeschön.